hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von unwavel 2 ja wir haben in der letzten folge sind wir bis hierhin gekommen muss jetzt gerade mal gucken genau den schieben wir nämlich so genau so steuern also beide ich überlege gerade waren wir hier nicht schon hat er das nicht gespeichert doch hier waren wir schon das ist jetzt doof weil das müssen wir jetzt alles noch mal machen oder täusche ich mich spiel erscheinungsbild will ich nicht ändern ich bin gerade ein wenig unentschlossen ob wir hier schon waren oder nicht ist doch schon eine weile her wo ich das so doch da waren wir schon nicht mehr eigentlich ziemlich sicher drücke um hallo genau hinsetzen das waren die sachen ja ich frage mich gerade wie das mit den speicher punkten hier funktioniert so nicht naja machen wir es noch mal nicht zur strafe nur zur übung wie es immer so schön heißt aber heute dürften wir auch ein deutliches stück weiter kommen weil wir weil wir weil wir ja weil ich mich schon mal deutlich geschickter jetzt anstelle hoffe ich ach genau das war das mit dem lasso stimmt ahaha halt so war das nicht gedacht so jetzt oh so lange war hier jetzt im duett rumschwingen können ist das Ganze nochmal deutlich einfacher hätte ich vielleicht in der letzten Folge schon machen sollen so oh nein ich habe nicht heimlich geübt ich glaube so langsam habe ich ein bisschen den Dreh raus oh 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 das war das da sind wir letztes Mal auch definitiv vorbeigekommen so sehr schön so klappt das als Doppelmännchen ganz gut ach so genau das konnte ich ziehen sehr schön kommen aber langsam Quack langsam aber sicher kommen wir weiter oh da müssen wir lang ah ok ich muss hier erst ah hier müssen wir uns trennen ok weil nur so können wir genau hat er manchmal noch ein bisschen mit der Steuerung weil ja ich bin nicht so der der äh Game der 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 Gamepad Typ hoppala du kannst nach oben durch dünne Objekte hindurchspringen so das war das so doch das klappt doch schon deutlich besser äh ah jetzt wie kommen die ah halte L und A gedrückt um nach unten ah jetzt ok so ach du Schande ah da können wir also dran hochklettern ok ok da müssen wir müssen wir lang schwingen ah und dann da ok ich verstehe es mhm jup ok hab es kapiert drücke x an einem befestigungspunkt um einen knoten zu knüpfen ok da können wir eine Brücke spannen was ist x ah ist das jetzt die gespannte Brücke ach so da haben wir die Brücke ok und drücke B um den Knoten zu lösen so dann hätten wir das fast knapp vorbei ist auch daneben heißt das immer so schön müssen wir da hoch woa ähm da komme ich nicht dran für jeden Abschnitt gibt es drei Hinweise jeder Hinweis bitte, na ok ah gut so kommen wir auch durch ich weiß jetzt nicht worauf der gewartet hat ich kann Objekte über Brücken schieben ok dann schieben wir mal ok ähm so das hätten wir das vereinigen hier wir uns wieder mal so na ich schaffe es auch noch irgendwann halleluja wir haben es geschafft muss ich da Brücken bauen um Das war's für heute. Keine Brücke bauen? Wie baue ich da die Brücke? Sobald ich loslasse. Sobald ich loslasse. hinweise das machen wir mal wieder als 1 als gemeinsame person ich brauche hier die brücke sowas von eindeutig brauche ich hier die brücke ich weiß bloß nicht wie ok falsche taste war das einfach ok so schalten wir mal auf den anderen dude um so jetzt kommen wir der ganzen sache doch näher hoppala geht doch so springen so auf den noch so so das hätten wir dann vereinigen wir uns wieder und weiter geht's schönes spiel finde ich aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich als so freien von der steuerung her halterlt gedrückt um daran zu klettern ok plapp plapp so schwinge unter dem anderen spielecharakter äh äh so in der art jetzt müssen wir mit ihm hier und hoch damit wunderbar sehr schön im menü kannst du wählen ob einer oder beide spieler älter ok ja wir sind eh nur eh nur eine einzelperson ups so war das nicht gedacht ganz und gar nicht ähm ja ich sehe schon wir müssen uns splitten alle ab jetzt kommt nummero 2 dann machen wir mal das gleiche alle ab oh uh uh jetzt mal ganz darüber ok ähm batsch einmal dagegen geklatscht einfach weil wir es können so weiter geht's oh ok da wäre es weitergegangen ja wie ich sehe ist die zeit aber auch schon wieder um deswegen sage ich einfach mal vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und dann seid auch das nächste mal mit dabei wenn wir hier unsere welt weiter erkunden in diesem Sinne tschüss bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal